Ja grüßt euch, hier ist der Alois und ich bin hier auf meiner Alpe und zwar im oberen Teil und ich habe mittlerweile hier eine sogenannte Futterhütte aufgestellt, wo ich also jetzt meine Mockerler Heu dazu füttere. Ja warum mache ich das? Ganz einfach, die Weidefläche oder der Ertrag von der Weide, der nimmt halt ab. Wir haben in der Zwischenzeit sehr kalte Nächte, also heute Nacht war es glaube ich nur 4 Grad plus und es wächst einfach nichts mehr und ja jetzt müssen die halt auf der großen Fläche das kleine Zeugs zusammen sammeln und da laufen sie mir viel, machen sie bei Regenwetter auch viele Trittschäden und zum anderen ist das für die Verdauung von den Rindern sehr gut, weil wenn sie nur so kurze strukturloses Gras haben, dann tut ihnen das strukturreiche Heu also sehr gut. Vor allem für die Kleinen, die da dabei sind. Ja und wenn es meinen Mockerlern gut geht, dann geht es mir auch gut. Ja da schau, da hat die kleinste, die Annabelle, hat da was ergattert und mampft das genüsslich. Jawoll, habe ich meine Mockerl auch wieder mal was Gutes getan, dann kann ich wieder ganz beruhigt heimfahren. Also fiert's euch, macht's es gut!